Ein Grund zum Feiern bei der regionalen Qualitätspartnerschaft in Kiel, kurz RQP. Die Geschäftsführerin Tanja Werner und Christiane Thiemann freuen sich über ihren eintausendsten Kunden, den Recyclingunternehmer Udo Stehr. Also wir suchen einen Unternehmensberater aus einem positiven Grund, weil unsere Firma vergrößert werden soll. Und RQP ist die Firma, die uns hilft, den richtigen Unternehmensberater zu finden. Wenn wir den passenden Berater für die Unternehmen auswählen, dann gucken wir nach vier Dimensionen, die wir abprüfen. Das erste sind die fachlichen Anforderungen, die der Berater eben mitbringen muss. Das zweite ist die Branchenkompetenz, das heißt, welche Erfahrung bringt der Berater eben in der Branche auch mit. Das dritte ist die Beraterrolle, das heißt, soll der Berater jetzt nur Gutachter sein und beispielsweise einen Bericht schreiben oder soll er eben auch mal die Ärmel hochkrempeln und sich im Zweifel nachts mit in die Backstube stellen. Und das vierte sind eben die persönlichen Eigenschaften, also Stichwort Chemie. Denn wir alle wissen ja, dass eine Zusammenarbeit nur zum Erfolg führen kann, wenn man eben auch Vertrauen aufbaut und wenn man auch miteinander eben auch zusammenarbeiten kann. Die RQP ist die Adresse in Schleswig-Holstein für mittelständische Unternehmen mit Beratungsbedarf. Der RQP ist insofern ein Empfehlungswesen. Also wir empfehlen nur Unternehmensberater, die wir selber gut kennen und wo wir auch wissen, dass sie eine gute Expertise haben. Wenn sie sich jetzt selbst einen Berater suchen würden, haben sie im Zweifel nur eine Auswahl aus einem oder wenigen und kennen die auch nicht. Und durch uns haben sie eben die Gewähr, dass sie einen passenden Berater aus einem großen Pool vorgeschlagen bekommen, der auch Expertise bei uns hat. Unternehmer Udo Stehr kann sich über ein besonderes Beratungsgeschenk freuen. Oliver Gebel, einer von 200 RQP-Beratern und Videomarketing-Spezialist, erstellt für die GFR Recycling einen individuellen Film für die Homepage des Unternehmens. Ich bin bei der RQP im Beraterpool und bin zuständig für Kommunikation, speziell für Filme. Weil Filme sind natürlich in der gesamten Kommunikation wichtig und ich biete dort als Dienstleistung rund um Film das Rundum-Sorglos-Paket. Und so bringen Christiane Thiemann und Tanja Werner nicht nur einen leckeren Kuchen mit, sondern auch ein weiteres Unternehmen aktiv voran. Erstmal war ich überrascht, dass RQP schon so viele Kunden in Schleswig-Holstein beraten hat. Und natürlich freue ich mich darüber, so ein Präsent bekommen zu haben.